Blub, blub, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn Complete Edition. Ja, und der Sandsturm hier ist sicher ein bisschen unangenehm. Äh, Leute, das verstehe ich. Wir sind bei diesem Jäger-Treff, wo wir uns mit Talana treffen sollten. Und wo wir den Leuten helfen sollten in Ödlicht. Schauen wir mal. Ach Gott, schon wieder die Viecher. Definitiv die Viecher erstmal auf den Boden der Tatsachen holen. Einfachste und Schnellste. Komm hier runter. Oh, bleib jetzt bitte nicht da oben. Natürlich bleibst du da oben, du blödes Vieh. Sehr gut, da hat es euch beide erwischt. Und dich kann ich erledigen. Guck mal, wie ich ihn nicht finishen darf. Obwohl er definitiv hundertprozentig done war. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob es so gut ist, ihm das Eis wegzunehmen. Weil er dann nur noch auf einen zusprintet. Das blöde Vieh. Ja, aber das Eis geht mir auch auf den Nerv. Gut, dass wir dagegen immun sind, solange wir Schild haben. Zumindest das. Ja, komm. Voll erwischt. Komm hier runter. Sehr gut. Und jetzt finish ich dich. Oh nein, bitte. Das gibt's nicht. Blödes Vieh, ey. Vor allem redet ihr von Line of Fire. Die Vieh sind in dem Himmel. Und wie kann ich mit dem Line of Fire sein? Naja, gut, wenn er runterkommt, ne? Ähm. Nope. Kann ich schon wieder nicht. Das mag ich bei den Viechern absolut nicht, dass ich da nicht ordentlich finishen darf. Da wir jetzt mittlerweile so viel Damage machen mit unserem Speer, ist es nicht ganz so schlimm, aber... Ich mag sie nicht. Es werden nicht meine Freunde, diese Gegner. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt müssen wir mit ihr reden. Wir haben ja noch mal den Leuten geholfen, das ist doch was Schönes. Sonst noch irgendwas hier, was interessant ist? Oh, hab ich da oben was gesehen? Ne, das war nur... Seht ihr das hier? Das sah aus wie so ein... Das sah aus wie eine Textnachricht. Ich dachte, da wäre eine. Oder irgendein Audio-Log oder so. Da ist noch ein bisschen Crap wahrscheinlich. Ja. Das interessiert mich nicht so sehr. Ich hatte echt auf irgendwelche Nachrichten gehofft. World Messages. Hallo. Hm. Oh nein. Das stimmt. Trotzdem wäre es gut, jemanden zu haben, der sie ablenkt. Damit ich mich nicht so sehr mit ihnen beschäftigen muss, weil sie mir auf den Senkel gehen. Flussaufwärts. Richtig schön fand ich auch in den letzten Parts, dass wir dem kleinen Sonnenkönig-Nachfolger geholfen haben. Itaman. Und seiner Mutter. Das fand ich eine coole Quest. Und auch schön, dass es dafür auch eine Cutscene gab. Fand ich sehr schön gemacht. Obwohl es eigentlich nur eine Nebenquest war. Nur in Anführungszeichen. Aber es ist schön, wenn so viel Detail da drin steckt. Und es war ja eigentlich eine wichtige Begebenheit, die auch eine Chief mitgebracht hat. Also. Und die für mehr Stabilität hier in den Landen sorgt. Was wichtig ist. Dass dieser Schattenkarte Bullshit aufhört, glaube ich, ist eine gute Sache. Vor allem mit jemandem wie... Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Mr. Strahlende Sonnenkopf. Ich glaube, ich gehe lieber oben rum. Ganz ehrlich. Vielleicht habe ich da die Möglichkeit, einen von den Viechern einfach schon mal so... aus dem Himmel zu holen, bevor er überhaupt richtig aufsteigen kann. Oder hier rennt Thunderjaws oder so ein Kram rum. Ja, hier haben sie wieder was erledigt. Ein Wächter. Grauharbichte sind ja wie Scrapper eigentlich. Nur fliegend. Wahrscheinlich, dass sie auch an Orte kommen, an die... wie das Scrapper nicht kommt. Äh. Ah. Da war ich schon, oder? Ja, guck mal, da waren wir schon. Komisch. Und wie werden die jetzt hier produziert? Hier ist kein Cauldron. Dass hier mal mehr kommen. Oh damn. Schaut euch das mal an. Ähm. Ich würde gerne mit Sprengen anfangen, aber... Die sind komisch. Oder ich habe sie noch nie von oben gesehen. Wahrscheinlich. Und jetzt bist du schon mal down. Na. Er ist dead. Wenn sie so torkeln, dann war es das für sie. Ah. Daneben. Hab ihn. Nicht erledigt? Ich dachte, ich hätte einen Eisschlonzer... erwischt. Jeder Pfeil, der daneben geht, ist in Verschwendung. Der sollte nicht daneben gegangen sein. Ich verstehe nicht, warum es ist. Ja. Sehr gut. Und dead. Zwei Stück nur. Aber wie können sie denn so viel mehr produziert haben dann? Ah, das finden wir noch raus. Sehr schön. Wo ist der andere hin? Hm. Da. Oder? Warum sind hier so... Warum ist hier so ein Friedhof? Danke, Schatz. Ein Schnappmaulfriedhof. Interesting. Sehr viele. Als ob sie hier wirklich wie so ein Elefantenfriedhof zum Sterben hinkommen, so in etwa. Wenn sie defekt sind, dass sie dann hier hingehen, damit sie gesammelt sind und besser abgebaut werden können. Ich meine, das könnte im Code sein, dass es solche Friedhöfe in Anführungszeichen gibt, damit man halt nicht überall nach den Viechern suchen muss. Sie hat zwar genug dafür erstellt, Gaia, aber... Ich meine, ein Vieh, das down geht, von dem weiß sie ja nichts mehr. Ähm. Weil, weil, wenn irgendein Vieh offline geht, dann hat sie es ja nicht mehr auf dem Radar, so in etwa, ne? Ja. Okay. Joa. Es ist schön, dass hier jetzt definitiv eine Falle, oder ein guter Ort für eine Falle, oder ein Ambush, aber... Was wollen wir machen? Wir müssen hier durch. Vielleicht war ich in dem Feuer doch nicht. Okay. Wer wartet hier nur? Ja, vor allem, wie haben sie dafür gesorgt, dass so viele Grauharbichte in die Richtung kommen? Das kann ja auch nicht einfach gewesen sein, oder? Aha, Snapmaw Hunters. Okay, reden wir mal mit denen. Schauen, was sie zu sagen haben. Ah, sie haben die Snapmaws gejagt, dort hingebracht und dadurch wurden die Grauharbichte angelockt und sind dann immer in Richtung der Siedlung danach geflogen. Ich bin hier an behalf of the nearby Village. Seems your Killzone is creating a Glintalk problem for them. Ja, well, they're not the only people with problems. If we don't get enough Snapmaw hearts to pay off a loan, we lose everything. I don't follow. I borrowed shards to buy seeds. The harvest went bust, and now they're coming for the debt. We could lose the farm, our home. I'm sorry about that, but Glintalks are attacking people because of what you're doing here. Not my problem. None of us are leaving until I get what I came for. None of us? You didn't think it was just us two, did you? You already have one? That's impressive. All right, then. There, the heart you need. Now what about your promise? A deal's a deal. And now I can pay off my debt. We won't be back. Good. Keep it that way. Easy quest. Alles nur für ein Snapmawlherz? Ja, du hast mich gut in die Falle gelockt, Mädel, ha? Congratulations, you're in order. I wanted to make sure you could handle yourself. You were watching the whole time? Of course. Tarkas, may the sunlight is passing, taught me many things. First of which was, a hawk never abandons their thrush. Wait. Are you saying... I'd like to sponsor you for membership. What do you say to hunting machines, winning trophies and unseating Aziz? I'm in. I'll meet you back at the lodge, as soon as I'm able. There are still a few quests behind. Very nice. Kehre zur Loge zurück. I think that we'll do it soon. Because... I mean, there's a lot of stuff in there. I mean, there's a lot of stuff in there. But... Dann kriegen wir zumindest die nächste Quest und wissen, wo wir hin müssen und können ein bisschen besser koordinieren, wo wir als nächstes auftauchen. Ich glaube nicht, dass wir als nächstes die Loge-Quest machen. Generell würde ich halt gerne in die letzte Mission gehen und in die DLC. Von daher wäre ich nicht traurig, wenn jetzt schon der Bloodmoor kommt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, da kommen noch ein, zwei Quests dazwischen. Wirkt zumindest so. Also, als müssten wir es erst noch beweisen, bevor wir diesen Bloodmoor uns schnappen können. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es das jetzt direkt. Mal schauen. Mittlerweile scheint es ein bisschen besser gecached zu sein, die... die Grafiken. Die Klaren geht zumindest ein bisschen schneller. Also, der Balken, nicht das Endresultat, weil wir sind immer noch nicht da. For some reason. Wird schon werden. Entschuldige, lange Ladezeit, aber bei dem Hin- und Herreisen und so. Und wegen der vielleicht nicht so guten Optimierung, wie sie sein könnte, ist das halt immer ein bisschen schwierig. Wir sind schon... Wir sind zwei Stunden im Stream. Okay. Das ist eigentlich noch ein guter Wert. Schon ein paar Parts zusammen. Haben einige Quests erledigt. Ich glaube, wir haben noch vier oder fünf weitere bei uns im Log. Abgesehen von... Ja, die hier haben wir jetzt nicht wirklich abgebaut, ne? Gucken wir mal. Vielleicht wechseln wir auch hin und her. Vielleicht wechseln wir zwischen Loge und einer anderen Quest. Dann bauen wir ein bisschen unser Log ab, aber kommen auch hier weiter. Und müssen dann nicht nur die Sachen hier machen. Erstmal speichern. Speichern ist immer wichtig. Ähm... Und dann bitte nicht irgendwo runterspringen, Eloy. Danke. In der Überblende, die völlig unnötig ist. Okay. Ich war sogar schon recht nah an der Loge. Aber in dem Gebäude war ich echt noch nie, ne? Ich kann... Ich kenne diese Quests nicht. Die sind mir für mich völlig blind. Hätte ich vielleicht früher mal machen sollen, ne? Dann wären wir ein bisschen mächtiger gewesen jetzt. Äh... Das war wieder mal dumm. Irgendwann... Ich denke immer, wir müssen da hoch. Aber nein, wir müssen eine Treppe weiter. Vorbei einem komischen Kind. Da sind wir. So, was... Was ist jetzt unsere nächste Aufgabe? Ach, wir müssen wieder mit dem reden. Äh... Das ist die Person, mit der ich nicht reden möchte hier. Talana. Always a pleasure. I see you've brought your pet. Greetings, Sunhawk. I hereby sponsor Aloy of the Nora for membership in the Hunters' Lodge. No. Look at her. She's lowborn, a savage. This is beneath even you, Talana. She has fulfilled the requirements. And Sun-King Avad decreed the Lodge should be open to all. She did save his life. But I'm sure he'll listen to your prejudice over his own common sense. Would you like to take it up with him? The word of the Sun-King is indeed law. Even though it will bring ruin to the Lodge, so be it. Do you, Aloy of the Nora, pledge to act rightly and nobly when in service to the Lodge all the days to follow? I do. Mehr als du, mein Freund. Even though Tarkas is barely cold, I present to you Aloy of the Nora. Member and Thrush, what say you all? To the hunt! Sponsoring an Outlander. While you make meaningless gestures, I'll be finding Red Maw. Ich wette, er stirbt bei Red Maw. Wenn wir Red Maw aufgespürt haben, dann geht er drauf. Übrigens, es gab einen Patch vor diesem Stream, eigentlich sogar kurz davor, also gestern, glaube ich. Es sind jetzt die Animationen auch nicht mehr auf 30 FPS gelockt, was sehr schön ist. Der ist Level 18, wie stark kann denn Red Maw sein? Red Maw? Go? Now? What's Red Maw? Few have seen it. A thunderjaw marked by years of battle. Some say it still bears the marks of over a dozen hunters on its flank. How many it has trampled along the way, we may never know. When members go hunting and never return, we often blame Red Maw. But to me, it's more than legend. It's the only machine that will unseat Assis. My sponsor nearly had it, but he didn't make it. I'm sorry. Tarkus sponsored me out of loyalty to my family. He was my last link to them, besides the lodge itself. I have to unseat Assis. Easy, Marva. I know why I hate Assis. Why do you? My family has always boasted members in the lodge. My father and brother were both Hawks. Assis let their sacrifice be forgotten. Um, what sacrifice? They died in the massacre. They should be honored as Hawks. Instead, Assis will not let anyone mention it. Hmm. How did your family come to be members of the lodge? Karja noble houses have sent sons to the lodge for generations. Because they needed another place to lord over the commoners. I want to change that. The idea that someone is worthy or not by virtue of birth alone. Everyone thinks they have me begged as soon as they hear to Lana Khan Padish. I hate that. I understand. My whole life I lived as an outcast from the Nora. They would have been the first to say I wasn't one of them. Yet as soon as I leave the sacred lands, everyone calls me Eloy of the Nora. It should be Eloy despite the Nora. I didn't know. Ah, sehr gut. I remember that. Finde ich schön, dass ihr darüber redet und sich jemandem anvertraut in dem Moment. What happened in the massacre? King Durans paranoia knew no balance. He sent thousands of innocents to die in the sun ring. When the Hawks of the lodge called for him to stop the slaughter, he threw them in the ring too. Oh great. Ich hätte den Sonnenring nochmal sagen sollen. Kann ich nochmal mit dir reden? Ja. What happened to the men in the sun ring? They died fighting. If you wish to hear the story, Ligon can tell it better. He saw it with his own eyes. I did not. The morning of the massacre, my father told me to meet him outside the city. He told me they were planning an escape. I waited for hours until a message came from my father. I had to leave the city. So I fled when I should have fought by his side. He didn't want you to die with them. Nor would he want their names forgotten. Especially by the man who benefited most from their deaths. Asis. Bring back trophies from a thunder jaw. Also müssen wir jetzt wirklich noch einen Sturmvogel und einen thunder jaw killen. Oh, hier ist ja noch was. Ich wünsche ich könnte einfach das Herz geben und es wäre gut, aber nein. Legendäre Jagten. Legendäre Jagten der Loge. Sind das viele? Sind schon einige. Lesen wir trotzdem. Im Sommer des vierten Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs. Man sieht, begab es sich, dass Farukha was Sonnenhabicht der Loge eine Herde von Grasern erblickte, die so gewaltig war, dass sie das gesamte Tal unterhalb des Weidrücks füllte. Sein Bogen war an diesem Tag eine Harfe, die von der Mittagszeit bis zur Dämmerung die Melodie der Jagde klingen ließ. Danach konnte im Tal nicht ein Schritt getan werden, ohne über ein Geweih der Erlegten zu fallen. Alle sieben Habichte und alle sieben Drosseln waren nötig, um die Trophäen einzubringen. Und durch den Handel mit der Beute konnte der letzte Flügel der Loge errichtet werden. Oh je. Im Winter des siebten Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Hivas begab es sich, dass Darusiv habig der Loge eine Herde von Tramplern aus dem Sandflüstertal bis zu den Ausläufern des Bleichkampfs folgte. Bomben aus seiner Schleuder fielen wie Hagelkörner und ließen seine Beute sowie die Wasser der Furt gefrieren. Während die anderen zu Statuen aus Eis erstarrt waren, lenkte Hivas seinen Blick auf den größten von ihnen, trieb seinen Speer zwischen seine Panzer und holte sich seine Trophäe, bevor sich die übrigen auch nur regen konnten. Im Frühling des dritten Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Giran, als die Maschinen der Wildnis immer zügelloser wurden, begab es sich, dass Kuwam habig der Loge dem Ruf des Präfekten des Tagturms Folge leistete. Die geheimnisvolle Kreatur zu erlegen, die seine Kohorte in Stücke gerissen hatte. Vier Tage und vier Nächte folgte er der Spur seiner Beute durch den wilden Osten, bevor das Monstrum sich zeigte. Stark wie ein Schnappmaul und schnell wie ein Läufer. Vom Anbruch der Dämmerung bis Mitternacht tobte der Kampf. Doch Kuwam errang schließlich den Sieg mit schweren Verlusten. Sein linker Arm bis zum Gelenk zerfleischt. So gab er der Beste den Namen Sägezahn, als er seine Trophäe aus den zerschmetternden Überresten bag. Aha, das war einer der ersten wohl, der da ankam. Und deshalb heißt der so. Finde ich cool, dass das hier so drin zu finden ist. Im Herbst des 8. Jahres der Herrscher des Sonnenkönigs Shiran. Als die Maschinen der Wildnis immer zügelloser wurden, begab es sich das Galidit. Habicht der Loge dem schimmernden Tod, der die südlichen Ländereien heimsuchte, in die Dschungel des Juwels folgte. Unter dem verworrenen Blätterdach wurde der Jäger zum Gejagten. In den Schatten erblickte er immer mehr der unheimlichen Lichter, bis er von Maschinen umringt war, denen er den Namen Pirscher gab. Seine Flucht durch das Dickicht bis in die Sicherheit der Flamme war lang, doch auf dem Weg richtete er seinen Bogen auf seinen Verfolger und wurde der Erste, der eine Trophäe von jen erlangte, die in den schimmernden Schatten schreiten. Im Sommer des 13. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Shiran, als die Maschinen der Wildnis immer zügelloser wurden, begab es sich das Aziz Habicht der Loge. Es wagte den Pfad aus zerborstenen Bäumen zu betreten und der Spur des schrecklichen Dings zu folgen, das die Ländereien von morgenlich verwüstet hatte. So wurde er der Erste, der sich der Macht des Donnerkiefers stellte. Der größten Maschine, die auf Erden wandelt. Mit Speerbomben und Pfeilen kämpfte der tapfere Aziz vergeblich und triumphierte erst, als er die Kanonen des schrecklichen Geschöpfs gegen es selbst zu richten vermochte. Der Kadaver hängt nun für alle sichtbar in der Loge. Ach, das Vieh. Als Heiligtum bewahrt da sein Fall, den Habicht zum Sonnenhabicht machte. Ja, natürlich lässt er sich in den Himmel loben, ne? Der kleine Drecksack. Unglaublich. Wir wissen ja, wo es Donnerkiefer und wo es die Sturmvögel gibt. Hier nämlich nicht unbedingt. Wir waren eben da. Das war nämlich hier bei der Jägerloge irgendwo. Ich glaube, hier beim Großlauf-Jagdgebiet war das, oder? Ich meine schon. Da können wir uns zumindest den Sturmvogel schnell abholen. Schnell in Anführungszeichen. Das wird wahrscheinlich die letzten 10 Minuten des Parts in Anspruch nehmen. Aber ich bin ehrlich gesagt dafür, die Viecher zu killen. Weil ich habe das Gefühl, hier nachkommt der Thunder Maw. Der Blood Maw. Weil, ähm, wir jagen jetzt die größten Viecher überhaupt und holen davon eine Trophäe. Also kann ja nicht viel mehr kommen, oder? Hoffentlich. Maybe. Mal schauen. Fände ich auch cool, wenn im zweiten Teil dann auch wieder so coole neue Viecher dazukommen. Da bin ich sehr gespannt drauf, um ehrlich zu sein. Aber ich fand das schon sehr, sehr kreativ. Und dann denen allen so ein bisschen eine Aufgabe zu geben. Auch wenn die teilweise redundant sind, die Aufgaben. Aber dennoch hat jeder eine Aufgabe. Ich meine, im Grunde machen die, die Trampler nichts anderes als die Langhörner, glaube ich. Ne, nicht die Langhörner, die anderen. Die mit den, die, die mehr aussehen wie, also die richtige Geweihe haben und nicht eine spitze Hörner. Aber gut, wahrscheinlich machen alle drei eigentlich das Gleiche. Der Unterschied bei den Tramplern ist aber, dass sie selber das Zeug wegschaffen können, was sie da, ähm, holen. Beziehungsweise vielleicht holen sie... Vielleicht sind die, sind die, ähm... Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Äh, die, die Viecher mit den Geweihen, vielleicht sind die mehr... Ah, die hatten wir doch gerade, ne? Nicht Graser. Doch, sind's Graser. Es sind Graser. Vielleicht sind die mehr für Loh da und die anderen mehr für reines Material. Also wirklich mehr Gestein und sowas. Ähm... Weil irgendjemand muss ja den Sprit holen, ne? Hier war eben der, der Sturmvogel. Wo ist er hin? Der ist es. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Schaut einem ins Angesicht. Ich hack dir dein Face weg. Oh Gott, wir müssen nicht unbedingt den Strom abschalten. Der Strom ist unschön, sag ich euch. Ja, nope, immer noch nicht. Aber der Panzer ist weg. Aua. Äh, dich hat's erwischt. Oh, meine Freunde helfen mir. Yay! Das ist nicht so ganz toll, aber... Also zumindest soll man ihn ja selber erledigen. Ah, Dreckstück. Ich glaube, ich muss die genau treffen, die Dinger, damit sie abfallen. Ah, da war eins. Er hat ja immer noch seine Energiewelle da. Ah, jetzt haben wir ihn damit. Und das hat die aber nicht lange geschockt. Der Treffer war gut von dem. Muss man ihm echt lassen. Und diese... Wir wissen ja, dass der Sturmvogel eigentlich auch... Ähm... Oh, ich kann ihn überbrücken. Uhuhu. Will ich ihn überbrücken? Wird er dann wieder repariert? Nein, ich will ihn nicht überbrücken. Nein, nein, nein. Ich muss ihn abwetzen, den nächsten überbrücken wir. Ähm. Ah, gerade als er... Als er hochgesprungen ist, der kleine Drecksack. Aua. Das kann er ja auch. Ich hab ihn fast... Ich hab ihn fast den Hintern erwischt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will dich erwischen. Ha. Der war doch, komm. Und wie der war, mein Freund. Aua. Er hat oben auch noch welche. Ich glaube, das ist ein Eiskalister. Ähm. Können das natürlich auch so machen. Oh, das geht immer noch nicht down. Wow, das Ding hält einiges aus. Ja, das kann ich ihm noch nicht abnehmen, leider. Die Fähigkeit. Wichtig ist die Elektrizität, dass die wegkommt. Äh, jetzt haut er ab. Aua, das hat wehgetan. Au, au, au. O-G-O. Wenn man gut Sachen abschlagen kann, I like it. Na, 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 na. Lass mir deine komischen Zähchen in Ruhe. Mit denen will ich garantiert nicht spielen. Autsch. Panzerung fliegt schon weg, aber nicht das, was ich will. Aua. Schauen wir, was das Vieh kann, ey. Das ist so krank. Ich hatte es fast. Ich hatte es fast. Ah. Ich weiß, dass ich... Ich habe das beim letzten Mal hinbekommen, die dicken Kanister zu treffen. Und dann tut es richtig gut. Und es ist schön, dass wir ein bisschen Verbündete haben. Die lenken nämlich ab. Ja, seht ihr, da war er schon wieder abgelenkt. Obwohl er eigentlich losstarten wollte. Das kleine Drecksschweinchen. Fliegende Schweinchen, das er ist. Komm. Sollte passen. Hat nicht gepasst. Au. Das hat immer noch nicht gepasst. Dammit. Es ist nett einfach, Leute. Es ist nett einfach, den hier richtig zu treffen. Ah, jetzt habe ich ihn. Und den habe ich auch. Alles down? Jetzt ist er weg. Ja, das ist eine ekelhafte Attacke von ihm. Da trifft er fast immer. Aber ich hätte... Oh mein Gott, was zur Hölle war das denn jetzt gerade? Ich glaube, er hat seine Düse eingesetzt und hätte gemerkt, dass er nur eine davon hat. Dann. So, jetzt hast du eine MF-I, mein Freund. Okay, ich sollte auf jeden Fall mal ein paar hiervon machen. Und was brauche ich als nächstes? Weißt du was? Ja, sehr gut. Ich kann ihn nicht critten, das ist das Problem. Ich hätte jetzt in Brand stecken können, ist das gut. Aber ich bin doof und habe es nicht gemacht. Okay, weißt du was? Komm hier runter. Gotcha. Ich brauche nur einen guten Schuss. There it is. Now you're done. Klopp. Hi, 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 hi. Das ist so gut. Vor allem, weil er dann noch brennt, wenn man das macht. Sehr gut. So habe ich ein bisschen mehr Lore erhalten. Ich habe die Trophäe. Jetzt brauchen wir nur noch einen Thunderjaw. Das Problem ist, der hier ist einfacher zu besiegen als einen Thunderjaw, weil ein Thunderjaw ständig auf einen zustürmt. Und das ist richtig eklig. Ähm, okay. Okay, okay. Wo haben wir einen Thunderjaw? Ich liebe es, gegen diese Maschinen zu kämpfen. Das ist einfach so cool. Äh, da ist der Donnerkiefer. Ah, ne, mal den gerade. Ist okay. Das Schlimme ist, dass ich den jetzt auch überbrücken kann. Ich muss mich wirklich zurückhalten, ihn zu überbrücken. Wirklich. Was ich so gerne würde, weil es so cool ist, wenn man die Viecher auf seiner Seite hat. Vor allem, wenn die voll ausgerüstet sind noch und der seine Scheibenwerfer hat. Damit ist der so unbesiegbar. Das ist so krank. Das ist wirklich High Priority Target. Wenn ihr gegen Thunderjaw kämpft, die Scheibenwerfer an den Beinen hinten, die oben drauf sitzen, sofort entfernen. Die zerreißen euch. Das ist eine stärkste Waffe. Neben dem Trampeln und den Kanonen am Kopf, aber. Die Dinger kriegt man schnell weg. Ein, so ein Pfeil. Wenn man den Bogen ein bisschen aufgerüstet hat, wie man sieht, geht das mit einem Schuss und dann ist das gut. Ist aber krass, ne? Ich hatte eigentlich gedacht, dass diese Zersprengerpfeile das sind, was am rarsten ist. Aber jetzt ist Low am seltensten zu finden. Gut, ich mache auch die kleinen Maschinen immer so oft platt. Ich gehe jetzt nur noch gegen die Großen und die fressen nicht nur viel, sondern. Oh, das sah cool aus. Ach, das ist er hier. Ja, wunderbar. Okay. Natürlich hat er sich davon gemacht, der kleine Senkel. Ah, du Schweinebär. Da haben wir ihn. Dein Radar noch weg. Radar ist relativ schwer mit den Pfeilen hier zu erledigen. Ja, jetzt ist er pisst. Also ich würde sagen, Scheiben werfen und dann noch die Kanonen vorne. Dann ist man ein bisschen besser dabei. Weil ihr seht, wie schmerzhaft das sein kann. Radar würde ich auch gerne entfernen. Ich habe noch nie gesehen, dass er einsetzt, meine ich. Aber ihn zu entfernen kann zumindest nicht schaden. Seinen Schweif zu entfernen ist auch gut, weil er dann nicht mehr drehen kann mit seinem Schweif. Ah, das tut gut. Schön ins Herz. Da freust du dich, mein Freund. Ich sag's dir. Es würde schneller gehen, wenn ich die Sprenger-Dinger nutzen würde, aber ich habe von denen so wenige. Stattdessen will ich seine Scheibenwerfer nutzen, die er hier rumfliegen hat. Er hat ja noch die Laser am Kopf, die darf man nicht vergessen. Die sind auch super gefährlich und die kann man nicht ausschalten. Bäm. Yes, friend. In the face. In the face. Wie der großartige Aziz, der kleine Penner. Uh, der war schön. Jetzt habe ich Zeit, den anderen Scheibenwerfer zu suchen. Weil ich nicht genau weiß, wo er hin ist. Und da hinten haben wir sogar noch ein 4 auf uns aufmerksam gemacht, seht ihr? Wow. Wo ist der Scheibenwerfer, verdammt? Da. Da unten. Okay. Let's do it, my friend. Ja, ich hatte gedacht, dass du dich noch bewegst, du Schweinebärchen. Das macht so einen guten Damage, die Dinger. Yes, das war nice. Das war gut. Und da geht er down. Sehr schön. Da haben wir das schon erledigt. Wunderbar. Ich glaube, wir ziehen jetzt noch kurz und holen uns das Ende der Quest ab. Die drei Typen, ey. Ihr hättet euch mal ein bisschen schneller bewegen können. Ihr habt gesehen, dass ich einen Thunderjob platt mache. Ihr seid keine Kaja in Shadow, also stell dich mal nicht so an. Er läuft bei dir. Dankeschön, Sapsi. Yay. Ja, wenn man die Waffen gegen sie einsetzt, dann ist das echt gut. Genauso wie beim Verwüster, die Kanone oben drauf. High priority Target absprengen und ihn dann möglichst, hoffentlich ist er alleine, ihn dann möglichst zu fokussen damit. Weil wenn er nicht alleine ist, dann springen dir die ganze Zeit die Viecher in den Rücken. Und egal, was es ist, man ist so langsam und kann nicht ausweichen mit der Kanone, dass man immer was abbekommt. Aber ein einzelner Verwüster kann die eigene Kanone super gut aufhalten. Weil die hat eine gute Stoppwirkung gegen ihn. Weil sie eben die Panzerung absprengt, dann werden die immer ein bisschen gestaggert. So, reden wir gerade noch mit ihr. Danach beende ich den Part und beim nächsten Mal schauen wir doch mal, was wir machen. Ich wollte eigentlich immer abwechselnd das machen, aber das war jetzt so easy peasy. Oh, wirklich? Okay, Leute, beim nächsten Mal. Dann reden wir mit ihr und dann gucken wir, was dann das nächste Quest kommt. Schauen wir mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.